Was ist jetzt eine Ninja Aktion? Ninja! So wollte ich jetzt eigentlich nicht reinplatzen. Ah, hier sind sogar noch welche irgendwo in dem Haus drin. Jo, ich weiß schon, mein Friseur ist schon geplant für die Tage dann. Soll das? Soll das? Soll das? Soll das? Soll das? Soll das? No, 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 no. No, 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 no. Nicht mit dem Spunator. Soll das? Hat er hier wirklich gesessen und gewartet? Ah. Was hat er verdient? Da ist sogar noch ein anderer Drop. Guck dir das mal an. Lass da mal hingehen am besten. Wie geht's eigentlich mit dem Rubber Banning? Gibt's nicht mehr, Lucifer. Yo, Princess. Hallo. Hey, du. Rubber Banning ist schon seit langem jetzt draußen. Was ziemlich gut ist. Noch sehr angenehm. Wow. Was zur Hölle ist das für ein Loot? Ich glaub's ja kaum. Was zur Hölle? Ich glaub's ja kaum. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Oh. Wow. Wow, die neue Zone. 20 Sekunden noch. Nee, lass mal lieber fahren. Whoops. Darauf hab ich jetzt nicht ganz geachtet. Vor allem dieser Megawaltweg. Oh, ich muss einmal rumfahren. Glaub ich. Shit. Oder hier gibt's einen Durchgang. Das könnt ich machen. bei Picado. Ich muss aber einmal durch Picado durchfahren. Da habe ich vorhin auch ein paar Schüsse gehört. Und wenn ich oben lang fahre... Also ich bin noch nicht dazu gekommen, den zu belegen. Aber die Idee dafür steht schon. Oh Mann, ey. Mit dem Buggy durch eine Stadt fahren. Nicht so ein geiles Gefühl. Oh! Oh mein Gott. Okay. Oh, ich nehme mein Lieblingsügel. Na du Arsch, du. Komm her. Wo ist er denn? Mach dich weg. Mach dich einfach weg, bitte. Bitte. Jetzt schießt er einfach meine Reifen. So, ich gehe jetzt mal auf meinen Lieblingsberg. Der ist richtig gut hier oben. Schon dreimal, glaube ich... Zweimal oder dreimal hier oben eine Runde gewonnen auf dem Ding. Spoonie Geller Emote. Stimmt, wir bräuchten eigentlich mal einfach nur so einen Löffel als Emote. Ich weiß nicht, ob ich meine Aufmerksamkeit gerade der linken Seite geben möchte. Der Berg ist wirklich Hammer, weil du hier alles sehen kannst. Du kannst alles. Alles sehen. Zu hoch wahrscheinlich. Zu hoch wahrscheinlich. Der looted glaube ich gerade, oder? Was macht der? Ja, der looted. Hä? Trifft das nicht? Oder habe ich jetzt seine Pfanne auf die Distanz getroffen? Nein, 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 nein. Ich ziehe immer zu hoch mit dem Ding. Vor allem, wenn ich auf dem Berg drauf bin. Oh shit, der Typ hält an. Oh shit, der Typ ist wieder. Wer kennt dieses Helden. Jetzt, Herrkochst. Oh oh, Mann. Ich kriege den Hammer Fam. Ich kriege den ganzen Tag nicht. Wow, der ist tot außerhalb der Zone Yo, Spoon, was ist da los? Vacation incoming oder wie? Vacation incoming Ich hätte nur einen Zweierhelm hier vorne, der Typ Ist das doch schon mal nice Guck mal, der Berg, Leute Ich sag euch, der Berg Der Berg Es ist einfach der Berg Immer Was hab ich eigentlich für einen Helm? Zweierhelm nur leider Schade Dann lass mal ein bisschen chillen Erstmal Sie schleichen sich an Schneiden die Kehle durch Der fällt zum Boden Der schreit Und sie haben wirklich den Eindruck Sie begehen einen realen Mord Dieser Rautor nun spielt auch überall mit Kappa Ja, stimmt, ne? Der pusht sogar an, der Typ Okay Wo ist er? Ja, ich werde das hier Ja, ich werde das hier Ja, ich werde das hier Ist ja irgendwo da unten Aber ich weiß nicht, wo der andere Typ ist, der hier war Das ist ein bisschen blöd Tigerkralle, sieben Monate Du hast recht und Dankeschön Vielen Dank für deinen Support, du Und danke für die Treue Das ist eine lange Zeit, weißt du Hoffe ich Okay Okay Okay, 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 okay Shit, 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 shit Ey, die haben 16, das ist ein Biest Einer Waffe Fünf Schuss noch Wo ist der letzte Wo ist er Gib mir den letzten Kill Wo ist der Boy Und raus da Oh mein Gott, was eine Runde Was eine Runde Oh shit, Manni Oh shit, Manni Wo ist das? Ich bleib den letzten Kill